Hinter dem Titel Die Königin von Berlin verbirgt sich Carola Neher, eine junge Schauspielerin, die tatsächlich so genannt worden ist, der Berlin zu Füßen lag und die in der Filmszene der Weimarer Republik, der Anfang der 30er Jahre ein Star war, eigentlich noch bevor das Wort erfunden wurde. Berlin lag ihr zu Füßen, sie war eine Sensation, sie hat den ganz, ganz jungen Tonfilm groß gemacht und sie hat eben in einer Zeit agiert, in der der deutsche Film so fantastisch war, wie er nie wieder geworden ist. Wäre die politische Lage eine andere gewesen, würde man ganz zweifellos heute noch von Carola Neher sprechen. Sie wäre wahrscheinlich eine Maggie Smith geworden, die mit 90 noch Säle gefüllt hätte, noch im Film fasziniert hätte und wir würden alle wahrscheinlich noch von ihr schwärmen.